herzlich willkommen zum neuen video und zwar von der reihe zwei liter tsi kapitaler motorschaden das ist jetzt teil 4 und damit auch der letzte teil von der reihe da zeige ich euch heute wie wir den zylinderkopf komplettieren das kurbelgehäuse komplettieren obere über eine untere über eine kram den ganzen bums zusammenbauen steuerketten drauf und abflug ich hoffe euch hat die video reihe gefallen wenn ihr da mehr von sehen wollt schreibt das gerne in die kommentare wie immer würde ich mich freuen wenn ihr liked abonniert kommentiert und was nicht alles glocke drückt und sonst was für ein kram und wenn euch die videos nicht gefallen dann keine ahnung guckt einfach irgendwer anders viel spaß dr selzer so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.